Liebe löst uns alle Tag verrutscht Unter 2G-Bedingungen Es sind nicht mehr viele Tickets da, Leute Also wenn ihr vor Ort dabei sein sollt, müsst ihr schnell sein Ihr könnt von zu Hause auch euch wieder mit Zoom einschalten Wir haben brandneue Songs des neuen Albums für euch mit dem Gepäck Die haben wir noch nie gespielt, sind also Welt-Uraufführungen Also verpasst das Ganze nicht am 11.12. seid dabei Den Ticket-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung Frohe Weihnachten im Voraus Das bedeutet uns die Welt, dass wir das endlich wieder machen können Das bedeutet uns die Welt, dass wir das endlich wieder machen können